Bäm, an allen drei Routen komplette Action, so soll es sein, am Bärensee auf Karpfen. Sehr gut, ich habe gerade erstmal reingeschmissen, habe mir jetzt nebenbei mal hier angemacht alles, habe mir gedacht, komm Alter, bis das hier losgeht, dann braucht das ja noch ein bisschen, ja ne, geht sofort los, volles Mett und an allen Ecken und Kanten zuppelt es. Und ich teste gerade zweierlei Aromen, einmal ein Klassiker und das wäre als Klassiker Kokossahne natürlich, muss man immer testen am Bärensee, das haben wir jetzt hier gerade drauf und zum anderen die Banane und die Banane soll laufen. So, kann man nochmal raus hier halten, Spiegelkarpfen wieder, sehr schön. Also, ich habe gerade schon mal reingeschmissen und es ging halt auch sofort los, gerade schon direkt einen Amur, direkt noch einen Schuppi, einen Spiegel und einen Schuppi, ging also richtig gut los und jetzt gerade eben habe ich gedacht, komm Alter, mach mal hier alles an, vielleicht lüppt das ja, denn ich stehe hier komplett ohne Futter-Mische, ohne PVA, ohne alles. Einfach nackte Köder reingeschmissen und das ist einfach schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es lüppt. Wenn man einen Spot hat, man schmeißt was rein, ohne eine zusätzliche Futter-Mische werden die Köder schon gut angenommen, dann kann man da einfach gut drauf aufbauen. Und wie es aussieht, zuppelt es hier auf Banane immer mehr und immer mehr. Da gab es auch schon im VK, ich glaube, so verschiedenste Posts und Beiträge dazu, dass da wohl was gehen soll. Und ja, da muss man das natürlich testen und gucken, ob es dann auch geht. Und dann natürlich auch schön im Vergleich zu diesem Klassiker Kokossahne, der offensichtlich auch funktioniert. Also, beide Aromen scheinen zu gehen, komplett ohne, dass man jetzt hier irgendwie, zack, ohne, dass man jetzt hier auch groß angefüttert hat. Ich bin vom Setup, wir können hier gleich mal kurz reingehen, also gar nicht so groß spektakulär das Ganze hier. Vom Setup hier einen 1er-Haken, 16, ich habe hier extra mal ein bisschen kleiner, hoppala, ein bisschen kleiner getestet mit den Boilies, 16er Boilies mit Pop-Up-Maiskorn und dann hier mit diesem Kunstmais und dann mit dem Kokosnektar das Ganze. Relativ simpel, wie gesagt, alles so zusammengestellt. Und ja, das kann man natürlich auch gut mit einem 20er machen, 20er Boilies plus Mais. Oder anfangs erstmal nur testen, gänzlich ohne Boilies, nur Pop-Up-Rick und nur Mais dran machen. Und dann mal gucken, was da geht. Ich überlege auch schon, ob ich das kombiniere. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Wir kombinieren mal hier, wir kombinieren einfach mal zwei Boilies. Also, wir bauen das hier einfach jetzt mal wild zusammen. Und zwar nehme ich jetzt auch hier einen 1er-Haken, reicht eigentlich fürs Karpfenangeln. Dann nehmen wir hier einen Pop-Up-Boily, nehmen wir mal Kokossahne, Kokossahne 16. Und dann nehmen wir hier noch einen Banane, nehmen wir hier einen 20er. So, jetzt haben wir hier Kokos und Banane. Und das Ganze könnten wir jetzt nochmal reinschmeißen in die Sahne. Banane oder wir bleiben bei der Banane. Bleiben wir bei der Banane. Und jetzt baue ich allerdings auch nochmal eine Futter-Mische zusammen. Gucken wir mal, ob das lübt. Wir nehmen eine süßliche Basis, nehmen wir mal Mais. Wir nehmen Kokos natürlich mit rein. Nehmen wir mal die großen Feed-Pellets. Haben wir Banane als Feed-Pellets? Banane-Feed-Pellets. 12 mm, 7 mm, hervorragend. Zwei Stück. Also, nehmen wir die großen und die kleinen. Jetzt nehmen wir hier Kokos auch nochmal. Groß und klein. Also, 12 mm, 7 mm, 12 mm, 7 mm. Perfekt. Kokos, Kokos, Banana, Banana. Und dann nehmen wir das Ganze hier Kok-O-Banana. Viel zu viel. Äh, Ba-Na-Na, so. Und dann haben wir hier das Ganze nochmal mit. Gibt es Bananen-Dip? Gibt es tatsächlich. Oder nehme ich Kokos? Oder nehme ich Kokos? Ich glaube, wir haben ja jetzt gerade den Dip mit Banane. Und dementsprechend nehme ich fürs Anfüttern, nehmen wir Kokos. Kokos-Nuss, Kokos-Cream. Nehmen wir Kokos-Cream. Okay, und ab dafür. So. Zack. Okay. So, das Ganze kommt jetzt rein ins PVA. Wenn du noch kein PVA machen kannst, dann das Ganze in Bällchenform auf 21 Meter rauswerfen, ist kein Problem. Oder mit der Futterrakete. Oder gar nicht anfüttern. Aber ich sage mal anfüttern, macht bei Karpfen doch schon Sinn. So, Kokos-Banane anfüttern. Nehmen wir mal die mittelgroßen Packs. Wir wollen ja auch ordentlich Futter am Spot haben. Ist fertig. Und dann raus damit. Banane. Und dann raus damit. Und ich werfe jetzt hier auch erstmal viermal raus. Karpfen. Und dann raus damit wir hier auch alles direkt aktiv haben. Zwei. Und dann lübt das hoffentlich. Wie gesagt, im Großen und Ganzen, das A und O finde ich, ist erstmal, dass ein Spot läuft. Auch ohne Futtermische. Das heißt, dieses Testen erstmal nur am besten mit diesem Pop-Up mit dem Mais, mit den Kunst-Mais-Ködern. Einfach nur das reinhalten. Und wenn das schon mal gut läuft, ist das ein gutes Zeichen. Gucken wir mal jetzt, wie es in den Nachmittagsstunden gleich aussieht. 10 Uhr Zeit ist perfekt. 16 Uhr fürs Anfüttern. Und dann können wir hier jetzt gleich vollgasmäßig in die Abendstunden reingehen. Das Ganze, das ganze Karpfenangeln ist natürlich auch immer so eine Sache, die auch ein bisschen länger Zeit braucht. Das heißt, mal eben schnell irgendwo hinstellen und gucken. Ist halt irgendwie nicht ganz so effektiv. Man muss schon immer so grob vielleicht in so eine Stunde einrechnen, dass man wirklich erstmal anfüttert. Dass der Spot auch wirklich dann aktiv ist. Und das kann schon mal ein bisschen dauern. Das heißt also, wenn ihr so eine Stelle habt und es geht da nichts, dann ist es natürlich schwierig rauszukriegen, liegt es jetzt an den Köder, den man verwendet, liegt es an der Montage oder, oder, oder. Deswegen halt immer so ein paar Standard-Köder testen. Gerade wenn man an so einem Bärensee ist, wenn man neu da ist und erstmal ein bisschen was ausprobieren will. Sag ich auch in den ganzen anderen Videos immer wieder, Himbeer als Basis, Kokossahne als Basis, Lachs einfach mal testen, Muschel testen. Dass man so ein paar Basics hat. Schwarze Johannisbeere kann man vielleicht noch nehmen. Dann hat man da schon mal fünf Basics, mit denen man als Maiskorn, einfach nur als Maiskorn schon mal eine gute Basis hat und die man dann testen kann. Und ja, dann hat man eben mit drei Ruten ratzfatz auch diese fünf Köder schnell durchgetestet. Und der Köder, der dann halt Resonanz bringt, da wo dann halt auf einmal was geht, auch ohne eine Futtermische, darauf kann man dann eben dann aufbauen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal eine klassische Karpfenfuttermische, mache dann noch diese Aromatik von dem Köder, der funktioniert da mit rein und dann lüppt das Ganze auch. Zack, erster schöner Schuppi jetzt hier wieder nach dem Anfüttern. Wobei, das kann alles auch noch ein bisschen dauern, bis das gleich richtig abgeht hier. So, nochmal richtig raus. Zack. So, hier ist ja jetzt hier die Kombination mit Kokos. Das hier gerade eben war die Banane. Also Banane lüppt Kokos alleine. Bringt gerade jetzt hier eher die etwas kleineren. Aber es sind natürlich auch die kleinen Boilies. Wir können hier nochmal auf ein bisschen größer gehen. Jetzt wollen wir anfüttern, machen wir mal auf 22er Pop-up. Und Mais. Zack, 21 Meter raus hier. Koordinaten sollen, glaube ich, bekannt sein hier. 44, 50. Einer der wichtigen Spots an der alten Festung. 21 Meter Clip. Und dann lüppt das hier. Das Ganze würde ich genauso wie hier auch mal hier drüben probieren. Auf 55, 63 müsste das sein. Einfach mal hier in dem Bereich. Auch 21 Meter. Beziehungsweise genauso hier auf 55, 33 unten. Auch da so, ich sag mal hier, 55, 31 wäre dann auch so um die 17 Meter vielleicht eher. Dann hat man drei Stellen, wenn man die abgetestet hat. Wenn man die probiert hat, die drei Spots. Und es läuft an keiner Stelle irgendwas. Weder mit einer Kartoffel noch mit Boilies oder mit Pop-up-Mais. Ja, wenn da nirgendwo was läuft, dann, keine Ahnung, ist das Gewässer ausgetrocknet. Und also irgendwo wird immer ein bisschen was funktionieren. Die Küder hatte ich ja jetzt gerade genannt. Und ja, ob das jetzt mit der Futter-Mische ist oder nicht, in den meisten Fällen oder Anfangs würde ich auch erstmal nur mit der Kartoffel-Futter-Mische hier reingehen. Beziehungsweise mit der Graskarpfen-Futter-Mische, wenn man auf Amour aus ist. Die ist ein bisschen grünlicher von der Aromatik. Kartoffel-Mische, Graskarpfen-Mische, einfach nur mit den Basics und dann mal gucken, was da so geht. Ja, ob das jetzt hier läuft, ist halt ein bisschen schwer zu sagen. Dafür müsste ich jetzt hier noch ein bisschen länger durchziehen. Heißt also, ich mach das jetzt. Ich bin jetzt hier schon relativ groß rangegangen. War eigentlich vorhin gar nicht so meine Intention. Ich hatte eigentlich eher gedacht, komm, geh mal mit ein bisschen kleineren Ködern, mit kleineren Boilies hier ran. Und teste mal eine Stelle, die so ein bisschen auf Frequenz geht. Damit ging es ja auch gerade schon ganz gut los. Und ja, es zuppelt jetzt wieder los. Ich denke mal jetzt gleich so in den Abendstunden, wir haben ja jetzt gleich auch schon 18 Uhr, dass es dann auch deutlich besser wieder abgeht. Das ist halt das Wichtige, dass man dann in der Zeit, in der Hauptzeit sozusagen, also frühmorgens und frühabends, dass man dann halt schon angefüttert hat, dass die Spots dann eben auch in der Hauptzeit richtig gut funktionieren. Ja, von den Größen her, wie gesagt, der Fische bisher noch nicht so ideal. Aber ich gucke erstmal, was da noch geht. Und dann gucken wir gleich nochmal in den Kescher rein. Zack, da kommt er raus, der große Spiegel. Ei, 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 ei. Wattenbrocken, 17 Kilo hier auf Banane komplett. Also Banane komplett scheint hier auch zu wirken. Und Kokos lässt immer mehr nach. Dementsprechend muss man wirklich sagen, Banane ballert einfach deutlich mehr rein. Also, sieht wirklich so aus. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit. Es ist noch hell. Das heißt jetzt so bis 23 Uhr gucken wir nochmal weiter. Zack. Und noch einer geht rein. Ich glaube, nun langt es aber auch hier. Wir gucken gleich mal eben in den Kescher. Es gibt immer größere Pausen hier. Es gehen zwar einige Brocken rein, auch gewichtstechnisch nicht so schlecht. Aber für einen regelrechten Hotspot reicht es, glaube ich, nicht. Zumindest nicht in der Kombination hier gerade mit Kokos und Banane. Eins von beiden würde, glaube ich, reichen. Denn ab und zu ballert die Banane und jetzt gerade schon wieder Kokos-Sahne. Also, nochmal 10 Kilo. Warte mal, ich schmeiße aber mal wieder raus. Ein bisschen was geht ja noch rein vielleicht. So, aber wir gucken mal eben kurz rein in den Fischmarkt, was denn das Ganze so gebracht hat. So, da sind wir jetzt nach knapp 40 Minuten und haben in Gänze 120 Silber dazu bekommen. Ist, glaube ich, ganz okay. Ja, na gut, ich sage mal, die ersten, da war noch ein bisschen Pause dazwischen und sowas. Also, von der Zeit her, ich bin damit ganz zufrieden. 120 ist okay, aber da sollte schon ein bisschen mehr gehen. Da sollte mehr gehen. Nächstes Mal teste ich nochmal mit komplett größeren Boilies, also komplett mit 20er Boilies. Dann werde ich noch einmal testen, komplett das Gegenteil. Also, einmal mit kleineren Boilies. Funktioniert am Bärensee auch immer mal wieder ganz gut. Also, 15er, 16er Boilies. Und natürlich auch nochmal testen, komplett nur mit einer Aromatik. Also, einmal nur Banane mit einer Futtermische, die vielleicht nicht nur diese Feed-Pellets-Banane enthält, sondern gerade eben auch eine Futtermische, die so ein paar Basics enthält. Also nochmal Mais extra mit drin, Erbse mit drin. Solche Komponenten, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen breiteres Spektrum an Fischen anspricht. Im Großen und Ganzen, nichtsdestotrotz, ganz okay. Kann man machen für mal eben so eine halbe Stunde, Stunde am Bärensee. Ich mache jetzt erstmal weiter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri. Photos, Freitags, 20 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.